Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 3 Remake. Ich weiß bei Resident Evil 3 nicht, ob ich Remake oder Nemesis am Ende sagen soll, aber ihr wisst, was es hier ist. Wir werden heute hier ins Labor gehen und mit ein bisschen Glück werden wir hier eben diesen komischen Akku finden, den wir brauchen. Wir werden wahrscheinlich hier auf dem Weg noch auf diese komischen Viecher stoßen. Wir haben jetzt auch hier einen Granatenwerfer, aber das letzte Mal hat das mit der Granate... Moment, wir haben keine Granate. Haben wir eigentlich nur eine normale Granate? Wir haben noch eigentlich eine Granate. Ist die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist, die zu verschwenden an dem? Oder ob es sinnvoller ist, die für den Nemesis beim nächsten Mal aufzubewahren? Weil ich meine, das Vieh war auch sehr langsam. Also wenn es nicht genau uns den Weg versperrt, können wir theoretisch wahrscheinlich sogar an ihm vorbei. Genau, und letztes Mal habe ich mich gefragt, ob das hier ein Bereich ist, aber ich glaube, wir kommen dort nicht hin. Äh... 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 Oh! Ich hoffe mal, das reicht, weil ich will keine zwei Granaten an dem verschwenden. Okay, na, es reicht. Wir haben ja inzwischen schon... Also ich, ich... Es war ja in Resident Evil 2 Remake auch so. Du hast eigentlich immer genug. Du darfst dich nur nicht zu sehr davor scheuen, das auch zu verwenden. Ich meine, du darfst jetzt auch nicht verschwenden, aber du darfst verwenden. Äh... Wir müssen dann da nachher durch den Güllestrom durch. Ist ja so... Ich arschen. Ich hoffe mal, wir finden in dem Labor ein bisschen Sprengstoffmittel. Uah, ekelhaftes Vieh. Also vor allen Dingen hier diese... Spreng... Ah, oder wir finden einfach hier direkt noch ein paar Brandgranaten. Wie gesagt, habe ich nicht gesagt, man darf sich nur nicht scheuen. Achso, ich kann ja auch einfach so nachladen. Ist ja hier nicht hier eins von den klassischen, wo man das im Inventar machen muss. Wobei, ich glaube, auch in dem klassischen... Also in dem Remake von Resident Evil 1, was halt sehr klassisch gehalten war, gab es trotzdem, glaube ich, die Möglichkeit, einfach so nachzuladen. Mit einem Tastendruck und nicht übers Inventar. Hier fehlt uns noch was, aber das könnte auch einfach hier drüben liegen. Gut, was gibt's denn hier alles in dem Labor? Viel Stuff, mit dem wir nichts machen können. Und endlich der Akku. Der fucking riesig ist. Was schon mal nicht so toll ist. Hm, vielleicht sollten wir in einen Schrotflintenschuss in irgendein Vieh reinballern. Oder falls hier ein Zombie rumhängt. Oh nee, hier ist... Bevor wir hier das grüne Kraut uns anschauen. Vielleicht ist das das letzte Mal, wo wir den Dietrich verwenden. Ich glaube es nicht, aber... Sprengstoff... Oh, Schießpuppe. Das ist jetzt sehr blöd. Das ist jetzt sehr blöd. Das ist wirklich Arsch. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits drei Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure Liebreizchen und kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Oh, diese Viecher sind dieselben... Also sind Weiterentwicklungen von den Huntern. Ah ja, wer sich hier... Wer Resident Evil 1 gespielt hat, oder halt die Remake oder was auch immer, oder es bei mir geschaut hat, der erinnert sich noch an die. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meinen geliebten Hunter-Gammers, wahrhaft überlegen seid. Äh, das ist jetzt nicht so gut, nicht so toll, dass wir jetzt... Tja. Kann ich es nicht damit kombinieren? Achso, es geht nur dreimal grün, aber nicht... Okay, also aber wir wissen, hier liegen noch zwei Sachen, die wir uns wahrscheinlich dann nachher holen können. Aber erst mal... Oh, aber wisst ihr was? Gut, das wird mir jetzt nicht wirklich was bringen. Ja, ne, wisst ihr was? Da, ich glaube, dass es... Schauen wir mal, ob das... Wie viel Schuss die so braucht? Oh, die sind... Alter, die gehen echt. Ich muss sagen... Das waren drei Schüsse mit der Strohflinte und fünf mit der Pistole. Die Frage, die ich mir gerade nur stelle, ist, ob die unendlich oft spawnen. Ich werde auf jeden Fall das Kraut weglegen, weil... Solange der Nemesis nicht kommt, glaube ich, kann ich relativ gut ohne Kraut auskommen. Äh, und das hier werde ich... Achso, das kann man ja nur in meinem Inventar kombinieren. Egal, ich werde es trotzdem verstauen. Jetzt haben wir genug Platz für die Sachen dort drüben. Ich hoffe mal inständig, dass da nicht nochmal so ein Vieh zwischen uns steht. Ich hätte vielleicht ein bisschen Schrotmonie mitnehmen sollen. Aber ich glaube, die gehen eigentlich auch mit der Pistole sehr gut. Okay, kein Vieh, das ist schon mal gut. Ja, ich... Ich habe echt nicht gedacht, dass der Akku so viel Platz wegnimmt. Deswegen habe ich halt nur drei... Und dass hier vor allen Dingen noch so viel andere Shit ist. Ich denke mir halt, drei Inventarslots sollten eigentlich reichen. Aber wenn vier Sachen da liegen und eines verbraucht schon zwei... Ja, dann... Und hier ist noch mehr. Hier ist noch irgendwo was. Ah! Hochwertiges Schießball. Oh! Na dann, wenn wir das gleich zu Schrotflintenmonie kombinieren... Ich weiß nur nicht, ob es nicht sinnvoller ist, die Brandgranaten für die Viecher zu verwenden. Oder ob nur mit der Pistole, die eigentlich genauso schnell da umgehen wie mit einem Schrotflintenschuss. Also quasi zwei Pistolenschüsse equals einen Schrotflintenschuss. Dann könnte man eigentlich mit der Pistole relativ gut gegen die vorgehen. Und hier vorne wird noch irgendwo was sein. Okay. Oh, noch mehr Schießpulver. Wobei, Schrotflintmonie können wir aufheben. Okay, der scheint tot zu sein. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Hier müsste irgendwo eine Leiter sein. Hä? Oben? Moment. Diese Leiter... ...ist oben irgendwo, wo es gar nicht gibt. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingen hat ihn in einem Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht an den Schreibtischtätern... Was? Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke hässliche Fresse. Ja, das ist glaube ich nicht was, was den so... die sonderlich beeindruckt. Oh, mom... Hm. Müssen wir jetzt hier doch wieder den Weg zurück, weil... Mein, theoretisch müsste diese Leiter irgendwo genau hier sein. Aber hier ist keine Leiter. Aber dass hier nur das Tagebuch ist... Ist auch so ein bisschen seltsam. Naja. Hey, das würde aber auch erklären, warum hier nochmal so ein Vieh gespawnt ist... ...für unseren sowieso obligatorischen Rückweg. Ah, das ergibt dann auch Sinn. Ja, 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 ja. Deswegen auch zwei Brandgranaten für den Weg zurück. Man muss das Ganze so ein bisschen als spielanalytische Pers... Fuck you, Brandgranate. Eine Brandgranate habe ich mir schon gespart für euch. Der Rest wird gnadenlos in euch reingeballert. Solda. Sehr gut. Ja, ich glaube, es gibt... Ich frage mich halt echt, warum da so eine Sackgasse ist. Weil im Normalfall sind Sackgassen... ...wo... ...nur Sachen, wo man irgendwelche Schlüsselobjekte findet... ...in solchen Spielen. Meint hier unten? Oh, aber... Wie kommen wir denn wieder hier hin? Und dann hier hin? Tür mit elektronischem Schloss. Weil das ist ja genau dasselbe wie hier. Tür mit elektronischem Schloss. Oh, nee, wisst ihr was? Das hier wird doch hier nach oben connecten. Hier mit dem Gang. Ah. Ah ja, und hier war einfach von der anderen Seite verschlossen. Ja, aber wir haben jetzt den Akku. Ich hoffe, hier hinter gibt es eine Schreibmaschine. Oder vor allen Dingen eine Kiste. Was aber auch irgendwie schlecht ausschaut. Oh, wobei, wir haben zwei... Hey, moint. Der Akku ist verschwunden. Ähm... Okay. Haben wir den hier... Können wir den wieder mitnehmen, oder? Nee. Das heißt, das ist One Use. Okay. Gut zu wissen und gut, dass da vorne eine Gürteltasche jetzt rumliegt. Ich weiß nicht, dass der andere Gürteltasche jetzt rumliegt. Ich weiß nicht, dass der andere Gürteltasche jetzt rumliegt. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. hat ein Schrotflintenschuss gereicht, um den wieder zu retracten. Hunter Gamma. Ein Schuss auf die Beine haut... Oh ja, ihr meint. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, dann machen wir es aber diesmal anders. Leck mich. Okay. Der Weg hier zurück ist doch ein bisschen... Aber schau mal. Also ich weiß nicht, ist das nur bei dem hier so? Hä? Wohlauf! Okay. Okay. Also offenbar wechselt das, ob es meint, das reicht aber, glaube ich, um die Sachen da mitzunehmen, oder? Ich bilde mir ein, das reicht, um die Sachen da jetzt mitzunehmen. Das ist halt echt. Das ist der eine Scheiß-Hunter mit der... Der eine Gamma. Gamma ist, glaube ich, jetzt hier eine bessere Bezeichnung dafür. Moment. Hochwertiges Schießpulver. Und hier lag normales Schießpulver. Daraus können wir gleich wieder kombinieren für die Schrotflinte. Achso, aber die können wir ja nur bis vier nachladen. Hm. Moment. Ich glaube, wir können uns einen Trip zurück gar nicht ersparen. Ja, weil Sprengstoff A und Kraut können wir nicht beides mitnehmen. Wir haben hier auch nachgeladen. Nee, also wir müssen entweder das Kraut zurücklassen, aber ich will nichts zurücklassen, ist das Problem, weil ich genau weiß, dass sobald der Nemesis wiederkommt, ich am Arsch bin. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir es aber folgendermaßen. Wobei, nee. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir es folgendermaßen, dass wir... Achso, im Moment. Hier war ja auch noch was, oder? Ah ja, hier... Nee, okay. Dann müssen wir es so machen. Weil ich wollte gerade sagen, dann gehen wir aber zum Akku. Dort, wo der Akku ist. Aber das ist ja auch Bullshit, weil wenn wir dort dann sind und selbst wenn wir dann zwei Metallplätze durch den Akku mehr haben, haben wir immer noch das Problem, dass wir eventuell dort noch was aufnehmen müssen. Und dann haben wir wieder nicht genug Platz. Deswegen ist es, glaube ich, am sinnvollsten erstens diesen hier zu machen. Ja, wohl oder übel. Und aus Einfach-Sicherheitsgründen hier nochmal zu speichern. Ich weiß, es wäre vielleicht sinnvoller. Aber der Speicherraum hier ist auch so ein bisschen abseits gelegen. Was die ganze Sache jetzt hier nicht einfacher macht. Aber hey, das ist... Es ist in Resident Evil und in einem Resident Evil so ein bisschen rumlaufen zu müssen, um alles mitzunehmen, ist, glaube ich, einigermaßen normal. So, da. Schießpulver... Schießpulver... Oh, nee, scheiße. Boah. Bin ich gerade wirklich so dumm gewesen und habe nichts in die Kiste gelegt. Okay, ich mache hier an dieser Stelle den kurzen Cut. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier alles mitgenommen und mein Inventar jetzt auch ein bisschen geleert. So, und jetzt bitte... Hier müsste der eine kommen, genau. Alter. Jetzt bin ich mir lang herumgefackelt. Ich werde sicher es aber nicht zu dem gehen. Nicht, dass ich durch Feuer sterbe oder dass mich der doch noch frisst, bevor er nicht umgefallen ist. Scheiß Gamma-Hunter. Gamma-Hunter ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung oder Hunter-Gamma oder wie auch immer. Aber nur die Hunter zu nennen ist so ein bisschen die Service meiner Ansicht nach für die aus dem Originalspiel. So. Haku rein. Ah, nein, nicht Garnatpfeffer. So, da. Und jetzt werde ich nicht mehr lang rumfackeln, sondern... So. Aber man findet nur vier Brandgranaten bis zu diesem Punkt für fünf von den Viechern. Das heißt, einen muss man entweder... Ich weiß nicht, ob man den vorbeilaufen kann. Aber bei einem muss man auf jeden Fall was anders machen. So, wir gehen jetzt hier erstmal zur Wache. Oder wir gehen erstmal nicht zur Wache. Aber wir können jetzt hier das Tor aufmachen. Immerhin. Immerhin. Keine Ahnung, was mir das jetzt großartig bringt, ob ich jetzt hier oder hier lang gehe. Ja gut, vielleicht kommt später nochmal der Nemesis vorbei und dann bin ich wahrscheinlich ganz froh darüber. Okay, hier... Oh, hier ist die Leiter runter, oder? Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich hier hier drüben runter. Könnten theoretisch zum Büro des Leiters, aber wir haben gerade eh relativ gut alles dabei. Ja, es geht. Moment, aber wir kommen hier jetzt auch nicht weiter. Hä? Ah, Moment. Wir können den Akku wieder rausnehmen, nachdem wir hier den Shortcut geöffnet haben. Ich dachte schon, dass der Akku aber kein Einmal... Also, dass der ein Einmaleitem ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Man kann den nur immer, sobald man das dahinter mehr oder weniger abgeschlossen hat. Und deswegen gibt's auch die zweite Tür. Bitte sagen nicht, dass der Nemesis da jetzt vor der Tür steht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bisschen normales Schießpulver, okay. Hier gibt's noch was. Nochmal ein bisschen Sprengstoff. Und noch eine Gürteltasche. Das ist natürlich sehr praktisch. Super für den Akku geeignet. Ja. Genau. Außerdem glaube ich, man kann das nur mitnehmen, wenn der... äh, wenn die Tür hier schon zu ist und nicht, wenn sie noch offen ist, weil sie ja dann verriegelt. Ja, aber eigentlich auch voll... voll smart. Du machst die Tür auf... Also gibst den Akku rein, machst die Tür auf, gibst den Akku rein und dann versperrt dir das Schloss, was reinrammt. Mehr oder weniger, dass die Tür überhaupt wieder zufallen kann. So würde ich das Ganze austricksen. Ja, ich hoffe mal, hier wird jetzt keins von den Viechern sein. Das wäre jetzt hier sehr assi. Komm. Sehr gut. Alright. Dann haue ich hier... Beziehungsweise lasst uns mal jetzt mal die ganzen Sachen kombinieren, die wir kombinieren können. Hier hochwertiges Schießpulver zum Beispiel und, ja gut, die ganzen Spreng... Ja, nochmal normales Schießpulver. Ich glaube, es ist inzwischen sinnvoller, so zu kombinieren. Dann gehen wir natürlich das wieder weg. Ich werde das aber, glaube ich, bei mir lassen, oder? Gut, Sprengstoff nehme ich mal kurz raus. Bei Kombination Granate kombiniert B Brandgranate. Brandgranate hört sich aktuell besser, Können wir die alle reinladen oder nur zwei? Ne, wir können alle reinladen. Ist gut. Dann weg mit dem hier, die Schroflintmoni. lassen wir mal bei uns, weil ich das Gefühl habe, dass wir einen Hunter damit gut platt machen können. Also einen Gamma-Hunter. Und dann nur einmal speichern und weiter geht's. Die heutige Folge werde ich wieder ein bisschen länger machen, weil ich ja vorher mit dem Tod und mit der Verwirrung so ein bisschen, sagen wir mal, Zeit geklaut habe, dem eigentlichen Fortgehen hier, dem Fortschreiten. So, hier unten haben wir noch was. Haben wir oben noch was? Ne, oben haben wir nichts mehr, was wir... Was ist das? Ist da... Ist da... Ne, dammit, genau das Falsche. So, hier, ist das auch ne... Ne, das ist keine mit Akkudis, einfach zu. Wir müssen ja nochmal Zubornstationen hier für das, was der Nemesis fallen gelassen hat. auf jeden Fall. Okay, hier kommen wir dann, glaube ich, zu der Leiter. Und hier kommen wir auch... Also, hier können wir den Akku auch nicht weiter mitnehmen. Was ich eigentlich ganz gut finde. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Wenn ich los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Wo ich jetzt, wo er das gesagt hat, finde ich das gar nicht mehr gut. Ja, der Akku gehört da auch hin. Ich fahre mich jetzt gerade. Okay. Oh, wir kommen jetzt wahrscheinlich irgendwo bei einem Wartungsschacht oder sogar aus. Ah, 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 ha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. what the fuck wo sind wir denn jetzt weg mit dir man muss das halten übrigens und nicht oh äh jetzt wäre hier das grüne Kraut glaube ich ganz gut okay solange wir hier nur durchlaufen müssen und nichts aufsammeln noch ja das war super ach so weiter hoch ich dachte gerade aber hier ist versperrt also halten ich will nie was halten ich soll immer tippen okay hier ist alles grün okay weg hier wie casual der auch das macht oh ne 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 ja genau weg rüber ich weiß nicht ob ich was drücken musste ich habe einfach mal irgendwas gedrückt keine Ahnung weg hier der ist so knapp hinter uns das ist echt nicht feierlich die Sache ist halt was wollen wir hier oben denn machen wir haben keinen Fallschirm oder sowas also oh ja sicher oh aber wenn es sowas hier gibt abrissverzögerungsankündigung aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen natürlich haben wir übrigens Zeit das zu lesen haben wir uns entschieden den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhe verboten alle Mitarbeiter sind angewiesen zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten okay wollten wir ganz kurz schauen oben, Mitte, Unten, Erdgeschoss haben wir nirgendwo was übersehen das ist schon gut so jetzt werden wir uns hier entsprechend noch ausrüsten wir haben Brandgranaten das ist gut Flintenmunition werden wir mal mitnehmen was wir können Erste Hilfespray ebenfalls eines davon werden wir verwenden genauso wie gemischte Kräuter wobei verwenden werde ich es jetzt glaube ich noch nicht Handgranate werde ich eine mitnehmen weil jetzt kommt relativ sicher ein Bosskampf Pistolenmonie ja glaube ich nicht dass ich das mir jetzt großartig hilft aber okay Generatoren am Dach das heißt wir können ihn stunnen deswegen sollte ich auch ein bisschen Pistolenmonie mitnehmen so an dieser Stelle ein kleiner Cut der Postmote klingelt auch immer zu den ungünstigsten Momenten wenn man hier grad von nem fucking Nemesis verfolgt wird kann mit dem Genagata eigentlich irgendwas machen macht der auch Britzel, Britzel, Britzel was? okay vielleicht soll die einfach weglaufen oh grünes Kraut das ist gut das nehmen wir uns direkt oh Tanktreffer okay ich würde den gerne hier einmal rumkiten weil ich okay er kommt da lang oh hier ist ein Britzel, Britzel und hier ist grünes, äh rotes Kraut sehr schön äh nur blöd dass ich gerade grünes Kraut verwendet habe egal wir können ja mal versuchen Feuer mit Feuer zu bekämpfen komm her komm her okay und jetzt sein Tank okay das war nicht wirklich sein Tank aber okay oh hier ist noch was hier ist ja Schroffelmonie sehr gut okay okay aber hier gibt es noch irgendwo was Explosivgranaten gibt es hier auch ähm okay alter hier ist nur mehr hell wo sind denn die Explosivgranaten? genau da wo ich hinschaue also dort hinten oh nein er ist da oh nein 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 ach hier ach hier sind auch noch Pistolenmonie Explosivgranaten ja sehr schön oh das war nicht so gut ich glaube das hat ihn nur Wütten gemacht äh aber Explosivgranaten waaat der hat einfach das gedutscht oh Explosivgranaten oh Explosivgranaten äh vielleicht switchen wir da mal drauf oh 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 ach was war das nein wir sprennen oh nein schlechter Zeitpunkt schlechter Zeitpunkt zum Nachladen sehr schlechter Zeitpunkt zum Nachladen war das gerade Explosivgranaten ich weiß nicht ob es reicht ihm direkt zu hitten oh nein 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 okay wisst ihr was wir machen das gerade nochmal ah nein der ist noch nicht aufgeladen okay wir sind am Arsch äh erste Hilfe spray bitte ja sicher ja sicher oh ja sicher okay ich sollte hier vielleicht weg okay er britzelt wieder alter ja genau ich habe mich selbst getroffen okay ich äh sollte vielleicht äh hier die Granate mal verwenden äh schnell Zugriff er ist genau hinter mir das habe ich nicht gewusst ja ja ist er down hier ist übrigens ja okay nein er ist noch nicht down gibt es hier eine Klärung ja ähm ähm ja genug ähm der Generator brützelt noch nicht wieder äh oh hier ist noch irgendwas Explosive Granate okay ich was okay Moment ähm das äh war so nicht geplant ähm okay der ist nicht mehr auf schnell zugriff das ist nicht gut plus wir werden ihn ausrüsten ja wir werden genau hier oh ne 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 alter wie viele Explosive Granaten frischst du bitte oh ja er er britzelt wieder er britzelt wieder er britzelt wieder okay wir locken ihn einmal hier rum okay äh wir sollten nicht stehen bleiben um zu schauen dass er auch nachkommt so ja da ist er wieder was droppen nein oh shit da war aber noch was auf dem Dach es war doch nicht grün uh hat oh Errungenschaft Nemesis geschlagen? Tja, gute Frage. Ich will vor allen Dingen wissen, hier oben auf dem Dach ist noch rot. Kommen wir da nochmal irgendwie hin? Ist meine Frage. Ich meine theoretisch hier über das Erdgeschoss. Über die Kanalisation wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Aber. Ja, ich glaube, wir werden dort oben einfach rot lassen, weil leck mich am Arsch. Das war gerade sehr intens. Und hier wird vor allen Dingen auch nicht mal angezeigt, ob hier tatsächlich noch was ist und wo das ist. Also, außerdem hier, Tote soll man nicht wecken. Und wenn ein Nemesis tot bleibt, was ich hier ehrlich gesagt nicht von ausgehe, dann soll der da ruhig oben verrecken. Ungestört. Mir wurscht. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Leck mich am Arsch. Das war mal ein Finale für ein Part. Der erste tatsächliche One-on-One-Kampf gegen den Nemesis. Also, bis dato, ich glaube, das gab es nämlich im Original nicht. Aber es war saugut, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Resident Evil 3 Nemesis Remake. Jetzt habe ich einfach mal alles zusammen gesagt. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, Leute.